Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange Before the Storm. Wir sind hier immer noch in der Garage und wir wollen uns doch erstmal alles anschauen, bevor wir David, den wir jetzt nicht sehen, der ist da hinten hinter seiner Motorhaube verschwunden, ähm, seinen Steckschlüssel-Satz bringen, denn das sollen wir eigentlich tun. By toolbox, did David mean this, or did he mean himself? Na, was haben wir da? Do these have chapters on hot-wiring your mom's boyfriend's car, so you can drive it off a cliff, asking for a friend. Okay, können wir hier ein bisschen Musik machen? Yeah, the stereo used to be in Dad's workshop. Okay, offenbar nicht. I should hook it up in my room before garbage day gets it first. Dad's old camera. Do they even make film for these anymore? Na, wahrscheinlich eher nicht. Ähm, ja, was haben wir hier? Kiste mit Papas alten Sachen. Uh oh, Mom's been cleaning again. This used to hang in the living room. Guess it's ancient history now. Hm, und ich find den Stil bei Fotos hier in dem Spielen ein bisschen eigenartig. Ja? Ich mein, das hätten sie doch auch mit 3D-Modellen machen können. Finde ich ein bisschen seltsam, aber egal. Äh, was haben wir denn hier? Den Rasenmäher, den brauchen wir jetzt eigentlich nicht, aber den schauen wir uns auch noch an. David's lawnmower. Ja, gut. Sollte man vielleicht dann irgendwann aber trotzdem mal mähen, oder? Sonst wohnt ihr bald im Urwald. Dad's toolbox. He used to get so excited, whenever anything sprung, a leak or busted. Okay, und da ist jetzt kein Steckschlüsselsatz drin? Hm. Nö. Ah, hier dann vermutlich. Jo. Den nehmen wir doch mal mit. Ja, ach komm, machst du doch sowieso nicht. Hör doch auf. So. Hallo, David, hier ist dein Kram. Können wir nochmal mit dir sprechen? So. Du findest das Socket-Wrench-Set yet? Du kannst das eine einfache Sache machen, nicht wahr? Ja, er ist schon irgendwie arschig. Muss man sagen. Gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Ein bisschen mehr Hustle hätte dich nicht töten. Ich weiß nicht, dass du siehst. Ich weiß nicht, dass du siehst. Ich weiß nicht, dass du siehst. All right. Ja, komm. Ja, komm. Vielleicht ist er ja nur angekotzt, weil wir nicht gerade nett zu ihm sind. Meistens. Offenbar. Hey, you're taking those tools with you, right? Every house needs a good toolbox. We've already got one, but thanks. Ja, dann mal auf zur Schule. Mal schauen, was uns da erwartet. Vielleicht kommt es ja auch noch zu einem Gespräch auf der Fahrt. Das würde mich mal interessieren, dann können wir ein bisschen mehr über ihn herausfinden. Please don't want to talk. Please don't want to talk. I want to talk to you about something. Fuck! We don't have to like each other, but you will respect me. You've enjoyed enough of a vacation from having a father figure. So there's some things, I want to be real clear about. Hm. Das muss enden, ignorieren und durchhalten. Ja, wir ignorieren das. Und halten durch. Mm-hmm. Joyce, your mother. She's hurting, Chloe. Hurting for you. You've had it rough. No doubt about it. But all this staying out late, ignoring her command, drinking, drug use. It's making everything harder. For her. You need to shape up. Get your act together. And put someone else first for a damn change. Am I making myself clear? Is it crazy, if part of what David's saying makes sense to me? Ja, es... Es stimmt ja auch, was er sagt. Vielleicht ist er doch nicht so ein Arsch, vielleicht ist er nur angekotzt von unserem miesen Verhalten. Got it. Thanks. We should really get going. Glad we understand each other. Okay, dann mal auf zur Schule. Ähm. Ist sie jetzt auf der kurzen Fahrt eingeschlafen? Country... Musik? Tatsächlich, wie schläft und träumt was. They had loved this song. I just called to tell you that I miss you and my little friend. Burn me in the midnight while I can. What a beautiful day. Ja, und um mal ganz kurz hier diese harmonische Zwischensequenz zu ja, zu stören, ich muss noch mal einmal kurz sagen, hier in dem Spiel kommt sehr viel Musik vor und das Musik ist nicht ja, das mit der Musik, die ist nicht lizenziert, beziehungsweise die ist lizenziert von dem von dem Publisher, aber ähm, ich kann das natürlich nicht machen und deshalb ja, laufen einige der Videos hier von Life is Strange nicht auf Handys. Ähm. Ja, die rechte Inhaber haben da irgendwie was gegen, wenn Musik davon dann auf den Handys läuft und, ähm, ja, das macht halt Probleme. Egal. Wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Wir schauen uns jetzt erstmal alles an. Hier haben wir eine schöne Handtasche, da sind Bilder drin, ich glaube von David unter anderem. Schauen wir mal. Das, das ist nicht richtig. Ach, sitzt da vorne jetzt gar nicht ihr Vater in ihrem Traum, sondern der David, man kann es ja nicht erkennen. Ja, wahrscheinlich ist das so, weil das ihr Albtraum ist, es wirkt sehr harmonisch, aber das ist es dann wohl doch gar nicht. Na, mal schauen. Ich weiß, was ein Sparksplug macht, was, estargwad. If mom were here, she'd tell him to turn that junk off. Dad, turn it up. Okay, und jetzt wissen wir also auch, woran ihr Vater vermutlich gestorben ist. Das wird in echt vermutlich nicht so ganz anders gewesen sein. Und da fragt man sich ja, wie weit ihr Schulweg ist, wenn sie auf dem kleinen Stück dann auch noch einschläft. Hey! Was ist das denn? Aus dem Auto, Chloe. Du wirst zu früh sein. Na, dann bedanken wir uns auch mal. Sei mal ruhig mal nett. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Verhalten von ihr wird mir auch richtig auf den Sack gehen. Muss ich wirklich sagen, sie verhält sich nicht gerade sympathisch. Dieser Sarkasmus, das ist, äh, ah, das ist schon nervig. Ich will hier was Nettes sagen. Und sie macht gleich was Beschissenes draus. Das, äh, finde ich ein bisschen frustrierend. Na, aber ich finde, das Spiel muss einem schon die Möglichkeit geben, auch nett zu sein, wenn man das sein möchte. Das finde ich ehrlich gesagt schon ein bisschen schade. Aber gut, vielleicht ändert sich das ja noch. Wir müssen mal schauen, was so weiterhin passiert. Vielleicht wird das alles noch anders. Hey, Chloe! Oh, hey, Elliot. Wait, what happened to your face? Do you need to go to the nurse or something? What? This? You should see the other guy. Guess it's true, then. I heard you had a hell of a night. I mean, people are talking about it. People can eat a dick. Even social media haters can't ruin how awesome last night was. So, how about the Tempest? Blackwell Theater at its most pretentious. Yeah, totally. I know it's going to be lame, but I was thinking, do you want to go together tomorrow? Jo, vielleicht machen wir das. I tried to make it a role not to go to school anymore than I have to. But sitting in the back row and making fun of the drama kids might not suck. Right? That's totally what I was thinking. Okay, das war also eine tatsächlich der wichtigen Entscheidungen. Ähm, ich weiß nicht so genau, ob wir jetzt... Gotta track down, Steph, to pick up my DVD. I've still got time before class. Ja, ja, das machen wir gleich. Ich, ähm, weiß nicht so genau, ob wir jetzt das heute dann tun oder ob das, äh, ja, sowieso passiert wäre. Wir wahrscheinlich hätten, ja, wahrscheinlich lag die Wahl jetzt wirklich bei uns, ob wir das machen oder nicht. So, was haben wir denn hier? Maybe this play won't suck. Maybe. Das Anti-Drogen-Poster. Eh, well, at least not for now. Ähm, das ist ein Anti-Drogen-Poster? Ich glaub, ich hab was anderes angeklickt. Eher nicht. Achso, da ist es. How could I possibly make it through a day in this place without a little chemical assistance? Naja. Mal schauen. Ähm, Steph. Hey, ich bin bei den Picknick-Tischen mit Mickey. Danke, bin auf dem Weg. Okay. Ja, wir schauen aber erstmal nochmal alles hier genau an. Hallo, Skip. Skip Matthews, Blackwell's finest. He's not so bad for a mall cop. Hey, Skip. Stopped any gang wars lately? Not today. Oof. Looks like you did, though. Huh? Ah. Right. Whatever. Whatever. I did ask Justin Williams' mom to move from Mercedes out of handicap parking. Badass. Yeah, you know how I roll. Ja, das Firewalk-Konzert. Justins Mutter. Reden wir später weiter. Hm, ja, erzählen wir ihm doch einfach mal von dem Konzert. So, I went to the mill last night. Cut Firewalk live. You went to the mill? Wait. You saw Firewalk? It was cool. Oh, pretty wicked. I didn't know you were in the music like that. No, Urteile nicht vorschnell. You can't judge a girl by the elitist, fascist school her mother makes her go to, you know? Hehe, I get that. I'm in a band, actually. No shit. Really? We're called Pisshead? It's not a big deal or anything. I mean, I'm trying to get our dumber out there, but... It's hard. Pisshead, huh? Would you maybe want to hear it? Our Demo, I mean... Ja, klar, zeig' ich gerne mal her. Pisshead, das ist, ähm... Wahrscheinlich sehr interessante Musik. Ja, okay. Great! Ach, das hat er sogar dabei, oder was? Achso, nee, auf dem Handy, okay. Okay, das klingt eigentlich schon. Das klingt eigentlich ganz cool. Der Name wird der Musik nicht gerecht. Ja, echt gut. Okay, sie kann also dann doch mal ab und an ein bisschen nett sein. Das finde ich ganz schön. Denn sonst wird sie mir auch langsam unsympathisch. Oh, das war doch jetzt ganz nett. So, wer ist denn das hier? Das ist, ähm... Ich konnte jetzt gar nicht lesen, Mrs. Irgendwas. Mal schauen. Okay, sprechen wir mal mit ihr. Ja, das klingt sehr wahrscheinlich. Äh, ich will das Mysterium nicht ruinieren. Okay, ja, ich will das Mysterium nicht ruinieren. Das ist so eine schöne Antwort. Die nehmen wir dann auch. Science ist all about discovery, Miss Grant. Guess you'll have to wait and see. Tch. Ja, ich will das. Ja, das Blatt wird sich wenden. Du hast recht, das ist wirklich traurig. Jede Chemie-Klasse braucht unbedingt Laser. Oder Physik-Klasse, ich weiß jetzt gar nicht. War es Chemie, Physik? Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier? Do not walk on the stage. Ja. Ja, wir holen deine DVD auch noch auf jeden Fall ab. Aber ich will mir doch mal alles anschauen hier. Ja, das habe ich mir gedacht. Das habe ich mir gedacht. Und, ähm, ja, mir geht es ähnlich. Ähm, machen wir jetzt aber nicht. Weil, ich weiß nicht, wie man da hochkommt. Ich weiß, kann man hier springen? Nee, eigentlich nicht, oder? Können wir das Papier aufheben hier? Nee. Das fliegt da einfach nur so ein bisschen rum. Oh, doch, wir können auf die Bühne gehen. Dann machen wir das jetzt auch mal. Und setzen uns auch noch ganz repräsentativ oben drauf. Ja, gut, da jetzt hocken ist ja jetzt auch keine Lösung. Oh. Principal Wells. Hey. Stay cool, Chloe. You've got a marijuana-flavored bag of expulsion in your pocket. Chloe Price. Is that a black eye? I'm, uh... Yep. I hope you know that Blackwell provides confidential counseling services for all our students. We are a safe space for any issue. I'm good. It's the other guy who needed a safe space. From me. You never fail to conform to your reputation, do you? Miss Price. The sign clearly says, do not walk on the stage. Such disregard for your fellow students' efforts won't alleviate your record of major infractions. Ja... Okay, aber so schlimm ist das ja jetzt auch nicht. Okay. Wie steht's mit kleineren Übertretungen? How many minor infractions in a major one? This is no joke, Miss Price. Who's joking? King, you've seen my math grades. Perhaps you will find me less amusing if I mention the various allegations I've been hearing about your drug use. You know Blackwell has a zero-tolerance policy. And yet, if my olfactory sense does not fail me, I'd say you've recently been exposed to marijuana smoke. Shit. Do I have to initiate a search of your person in order to establish the veracity of these allegations, Miss Price? That's what I thought. I'll look forward to seeing you in my office after school today. Oh je, oh je. Hm. Der hat aber ein gutes Näschen, der Direktor. Naja, wir machen das mal. Wir geben da keine Widerworte. Alright, Sir. I'll see you after school. I'll count the minutes. That guy's a tool. Na ja. Hm. Okay. Ähm. Ah ja, das Rennen. Okay, das haben wir noch gar nicht ausprobiert. Mal schauen, was es hier noch so gibt. Wer bist du denn? Das ist Victoria. Victoria Chase. Dann, kurz Rasierklingeln, denn ich will mit ihr reden. Ah, Carrie Price. It's Chloe. Oh, right. I'm just teasing. People have been taking me so seriously, since I won the Beacons Young Artist Award for my photography. You don't say. Between that and the Vortex Club, it's hard to keep people from putting me up on a pedestal or whatever. But you know all about that. What with Rachel Amber? Am I right? Rachel Amber Vortex Club. Preis für junge Künstler. Ja. Rachel Amber. Wait. What about Rachel Amber? Rachel posted a slamming selfie of you two having the time of your lives. Tell. Wir haben den Kerl umgebracht. Genau. Ja, komm. Machen wir mal. It was a pretty normal night for us. A little music. A little dancing. We murdered a guy. You are so funny. Seriously, though. I didn't realize you and Rachel were such BFFs. We're really not. So, what's she into? You know, what's her thing? Is it drugs? I'm not judging or anything. I figure if she's hanging out with you, she must be into some effed up shit. You know? Well, seriously, I don't know why you're talking to me about Rachel. Oh, everybody loves her. Little Miss Perfect. So, you're jealous of Rachel Amber. That's what's happening right now. Gotcha. Oh, God. I don't have time for this. I didn't even finish the chemistry assignment. And you're being you. Oh. Yeah, hmm. Dann gehen wir einfach mal weg. Why would Rachel Amber ever hang out with Carrie Price? It's Chloe. Okay, die ist wirklich sehr ätzelt. Das muss man sagen. Hat sie schon recht gehabt. Ähm. Ja. Wer ist denn hier sonst noch so? Das ist Elliot. Mit dem haben wir eigentlich schon gesprochen. Aber mal gucken, ob er uns noch irgendwas zu sagen hat. Oder... Ach, wir gucken ihn erst mal an. It's nice that Elliot always wants to do stuff with me. I just haven't been in the doing stuff mood lately. Hmm. See you in class. Jo. Alles klar. Ja, hoffentlich riecht der Direktor das nicht. Der hat ja echt ein gutes Näschen gehabt bei uns da gerade. Ja, abgefahrene Party. Ja, ja, genau. Oh. Rachel Amber? Hey, out of the blue question, what do you think of Rachel Amber? She is amazing. If you're into chicks that are hot, smart, and hot. I mean, she helped me out a while back. I was failing algebra hard. I believe you. Check it. After I bombed my midterm last fall, she tutored me for the rest of the semester. And then I crushed it. C+. Heh. Alright. I guess I'll see you in class. Word. Jo. Alles klar. Schauen wir mal, wen wir noch treffen können. Ich glaub, da hinten... Nee. Das ist nicht ihre Freundin da an dem Tisch, die da sitzt. Ich weiß es nicht. Okay, wir müssen die DVD von Steph holen. Ich hab jetzt keine Ahnung, wer Steph ist. Die kennen wir noch nicht. Sprechen wir erstmal mit ihm hier, mit Evan. Ja, Waldbrände sind super. Warum tust du das bis später? Hm. Ja, warum tust du das? Das ist für die Schule, oder? Ich glaube nicht, dass du eigentlich über das interessiert bist. Mein Interesse in Feuerprevention ist komplett sincern. Außerdem, ich versuche in die Schule auf die Kraft meiner Fotografie alleine. Denkst du, Rachel Amber würde mich für mein Portfolio posten? Sie ist so artistisch. Ich glaube, sie würde ein Traummodel sein. Was denkst du? Ich glaube... Na, Waldbrände sind super. Hm, na, wenn sie das findet. Wer sagt, wir sollten Feuer prevenzieren? Feuer ist großartig. Während ich herausgekommen, dass du purposefully obstruktiv bist, hast du einen guten Punkt. Viele Parteien unserer lokalen Ecosysteme benötigen von Feuer. Knobkone, Pinecone zum Beispiel, die Temperaturen über 350 Grad zu öffnen. Sag Knobkone wieder. Nein. Ja, komm, alles um den Unterricht fernzubleiben. Ja, komm, alles um den Unterricht fernzubleiben. Wir schreiben den echten Namen dahin. Komm. There you go. Just don't expect this to become a habit. Blackwell Academy. Home of tomorrow's leaders. Mhm. What? Caring about important issues? Caring in general. So, wen haben wir denn hier? Steph und Mikey. Okay. Okay. Steph Gingrich und Mikey North. Blackwell's Premiere in Door Kids. Steph has created something of a business selling pirated DVDs to other students. Hm. Steph Gingrich und Mikey North. Blackwell's Premiere in Door Kids. If I had known the Celestial Avenger was bloodied, I would have totally given him my potion. It was a skill challenge. Potion wouldn't have worked. Skill challenge? It's part of the tabletop game we play. You wouldn't understand. Ja, ich hab früher gespielt. Wetten, dass... Ähm... Wetten, dass... Give me a break, nerds. I've heard of tabletop games. Cool. Got my DVD? One Blade Runner. Directors Cut, coming right up. Sweet. Five bucks, right? Keep it. I'm just glad someone here appreciates the classics. You even asked for the Director's Cut, which took out the shitty voiceover and replaced it with a sweet dream sequence. Dream life of a real life. That's my motto. Right on. Hey, do you know if Rachel is a gamer? Rachel Amber? You're asking me? Didn't you two go out last night or was it just like a friend thing? Hm, was kümmert es euch? Wir sind keine Freunde. Ja... Hm... Ja, was kümmert es euch? What do you want to know? Steph has a crush. Chloe, you should join our game. Yeah, I don't have 50 hours right now. Thanks, though. We're at the end of the campaign, so it'll only take like 20 minutes. What else have you got to do before class? Na komm, wir spielen mit. Oh, what the hell? Game on, Nerds. Here's a character sheet. You are an elf-barbarian. Warum ist das lustig? Ich bin absolut eine Elfenbarbarin. Ja, wir sind absolut eine Elfenbarbarin. Ich jetzt auch, privat so, zu Hause. Nice. Ich kann mich total als elf-barbarian sehen. Ich weiß, ich bin gut. All right, let's get started. You are both famous heroes in the kingdom of Avernon, a once peaceful land, now laid to waste by the bloodthirsty raiders of the Black Well. Alone, you have fought your way through the raider camps, seeking their warlord leader, Durgaron, the Unscarred. As you enter the final camp, bloodied and weary, you see your fellow hero approaching from the opposite direction. I raise my staff to you in greeting. I am Elamon, wizard of the Third Circle, foremost advisor to King Tiberius, and sworn defender of Avernon. Introduce your character. Yeah, okay. Uh, I'm an elf-barbarian named, uh... Uh, Barb. Barb. No, 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 no. Hey, give Barb a chance, okay? The two heroes... Hold on. Elamon narrows his eyes at the elf in front of him and says, I am here to defeat Durgaron, the Unscarred. In the name of King Tiberius, what makes you think you are worthy to fight alongside me? Weil wir Barb sind. Ist doch ganz klar. Äh, laut meinem Charakterbogen oder... Hab mal Menschen-Keebub gemacht. Ähm... Ja, wir haben Menschen-Keebub gemacht. We're supposed to kill the Durr-Dude. Elamon frowns. The Raiders could have some good loot at the training ground and surely it is our duty to free all those prisoners. Your choice, Newbie. Where do you wish to go? Hm. Dann gehen wir doch mal... Zum Gefängnislager. Guess it's time to free some peeps. Let's go to the prison camp. You behold a field of standing iron cages, each imprisoning a human villager, calling out for you to free them. Only a small, elderly dragonkin is keeping watch. He notices you, and in terror, runs into one of the few empty cages and locks himself in. Ah, poor little guy. What's a dragonkin? Dragonkin are like little dragon people. They're assholes. I bet he has all the keys. Oh, okay. Hey, shitface. Get out of there. The dragonkin hops up and down, shaking his ring of keys at you. He shouts in a strange language. Whatever he's saying, probably isn't flattering. Got any useful spells in that robe of yours? Nothing, that wouldn't blow up the cage and everything in it. Tja, Schloss knacken mit Brot, Bestechen oder Einschüchtern. Ja, das ist ja jetzt nur ein Spiel. Wir könnten das mit dem Einschüchtern mal probieren. Und wenn wir dabei jetzt verkacken, wäre es nicht so schlimm. Weil das keine ernsthaften Konsequenzen hat. Wir probieren das mal aus. Intimidate. That's a skill I have. Can I do that? I want the little bastard to shit his pants. You can try. What do you say? Hey, listen up, you little lizard. Unfortunately, he doesn't speak common, which means he can't- I cast communication on the dragonkin. Shit. Really? Now he can understand every word you say. Time to work some real magic. So this is called a skill challenge, where you try to use- Oh, I know what this is. I grab the bars of the cage and lean in, nice and close. He steps back. His scaly skin quivering in fear. What do you say? Fleischmarionette. I wiggle my hand. Hey, dragonkin guy. Want to become my meat puppet? How it works is I shove my arm up your ass into your head and then I can control your mouth from the inside to say things? Uh, he doesn't seem to like that idea. Neither do I. The dragonkin pleads with you. Please don't harm me, tall one. But I cannot give you key. Durgoron, much taller and meaner than you. Hmm. Ich kann dich noch kürzer machen. Try playing solo. The dragonkin swallows the key. Pointing at his stomach and then his own butt. Laughing at you. Then he... I shove my axe through the cage right into his stomach. Then I twist it and then pull it out. His guts and shit start falling everywhere. But I jam my hands inside his open stomach, grabbing the key. Then, in the final moments before he dies, I hold the key up to his face. And then I laugh. Normally, I'd say you failed the challenge. Except that was so horrifically amazing. You won. Yeah! Go team! Why don't you start unlocking the prisoners? I'm on it. As you free them, the prisoners run away from you in fear. What's next? Okay, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gemerkt habt. Ich hatte tatsächlich was ausgesucht, aber ich glaube, es war zu spät. Ähm, die Zeit ist abgelaufen. Ich sollte mich bei den nächsten Herausforderungen ein bisschen mehr beeilen. Hierbei ist es jetzt nicht schlimm, aber immer da, wenn diese Eieruhr zu sehen ist, diese Sanduhr, dann sollte man sich ein bisschen beeilen. Äh, wir gehen zum Übungsplatz. Lute sounds good. Let's go to the training ground. Sweet. Upon arriving at the training ground, you are spotted by a heavyset orc who immediately shouts and points. There are a dozen raiders on the training field, all of whom raise their weapons and charge. Okay. So what do we do? I cast Urgel's Acid Blast. Um, overkill? Bam! You conjure up a wave of acid that washes over the charging orcs. Every Raider suddenly starts screaming and writhing in pain. There's a sweet and sour kind of smell as the flesh melts off their bones like warm candle wax. Holy shit! You see why I haven't really needed a partner? The heavyset orc sergeant still remains. He runs at you swinging a massive warhammer. All yours. Hmm. Na, ein Kniestoß. Wenn der so groß ist, dann bringt ihn das vielleicht zu Fall. I knee him. Right in the orc balls. Ach so, okay. Success! The orc clutches his groin. Never to father children again. Ouch! Your turn again, Chloe. Ja, ein... Fataler Spalter. Okay. Let's end this. Fatal cleave. You swing your great axe downward with both hands. The orc blinks, then splits open like a hot dog bun. Fuck yeah! I'm awesome at this game. It's going well. What about the loot? Well, as the training ground is now a roiling pit of acid, it's unlikely any loot survived. Dang. Ah, jeder macht Fehler. Don't worry, Alamon guy. We all make mistakes. Alamon? Nance. Barb, the elf barbarian, is most wise and forgiving. What's next? Ja, da bleibt uns hier nur noch eins übrig. Wir gehen zum Zelt des Kriegsherrn. It's tent time. You enter the tent to find Durgaron, warlord of the raiders of the black well, sitting comfortably at his throne. He's a huge red-eyed minotaur, swathed in a fine black cloak, gripping a two-handed sword that's easily six feet long. His laughter bellows. Wah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Your lands and people are already mine. Your deeds here mean nothing. Your kingdom was weak. You are weak. What an asshole. I got this. I cast Zael's cataclysmic cone of fire. The fire fizzles out on contact. Durgaron laughs again, holding up his right arm to show off his bracer of fire immunity. Shit. All of my battle spells are fire-based. Except for, you know, acid blast, which someone used unnecessarily to show off for Chloe. Barb? What'll it be? Tja, was macht die Barb? Äh, ein Wutsturm. What's wrathful rush? It's like a shoulder slam. An angry, angry shoulder slam. Okay, I do that. You scream with wrathful rage. Then charge. Durgaron is caught off guard and he fails to dodge. You slam your shoulder into him, knocking him back and doing some damage. Hell yeah. Next. Mh, ein Vernichtungsschlag. Holy shit. Annihilation strike. That sounds boss's fuck. One? That's bad, right? Not for me. As you take your first step, you trip on a rock, collapsing onto the ground in a clangy jumble of metal. Your axe swings wildly to the side. Mikey, roll a reflex save. Oh no, three. Your axe strikes Elmon's leg. Ähm, legs. Plural. Severing both feet at the ankles. Oh, das Spiel ist super. This game is awesome. My feet? Dergeron moves toward the crippled Elmon. Oh, shit. I told you this was my best boss. You didn't tell me my character might die. Dergeron approaches stomping his bloody hooves. Stopp. 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 This is all my fault. Sort of. What should I do? Hm. Ich tanze. Ja, vor Elamon springen. All right. Jump in front of Elamon. Wow. Thanks, Chloe. I mean, thanks, Barb. Okay. Dergeron has now turned his attention toward you. Bring it. He charges, thrusting madly with his great sword. Shit. Oh, no. Your attempt to dodge his thrust fails. Dergeron laughs as he impales you on his blade, lifting you high into the air. Seriously? I can't do anything with that stupid bracer. I'm sorry, Chloe. Hey, I chopped your feet off. And we're even. You feel your strength draining away as Dergeron lifts you higher into the air. It hurts like hell. What do you do? Auf seinen Kopf zielen, auf seinen Arm zielen. Hm. Auf seinen Kopf zielen könnte ihn töten, auf seinem Arm zielen könnte helfen, dass er nicht mehr kämpfen kann. Wir machen das mit dem Arm. I bring my axe down onto his arm. The one with the fire bracer thingy. Oh. Brilliant. You'll have to roll high to hit. You're almost dead. Twenty! Fuck yes! You bring your axe down in a wicked chop, severing his arm completely. His bracer of fire immunity clings to the ground. I cast Gignomi's Firestrike of Flame. Oh, snap! Lying on the ground, you conjure a flaming spear, which flies from your hands to spear Dergeron in the chest, incinerating him completely from the inside out. Damn, Elamon! Dergeron is defeated, but your wounds were too great. I'm afraid, Barb is dead. I actually feel sad right now. Better to have died a hero, than live as a coward. That was fun. Check out what I drew. Mikey's got serious drawing skills. Ja, das hat wirklich Spaß gemacht. Yeah, I'll adventure with you anytime. We'll see. Thanks for the game, nerds. So, das hat Spaß gemacht, auch wenn Barb jetzt... Check. Next stop, chemistry class. Joy. Genau, auch wenn Barb jetzt tot ist. Und, ähm, das war's jetzt erstmal für heute und morgen, ja, gehen wir in den Chemieunterricht. Das wird wahrscheinlich nicht so spaßig sein. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich aber noch nicht. Vielleicht schaut ihr dann morgen wieder rein, da würde ich mich sehr freuen. macht's gut, bis dann. Tschüss.